Ich werde Q geskält haben, pass auf. Wir müssen den Jungle defenden, müssen ihn nicht rauspushen. Kannst alle gut sein. Bei Mecho auch. Oh, Junge, ja. Let's go. Ja, K, bitte. Oh, der ist zwischen den anderen. Hat der ihn, ne? Der wundet dich. Oh, ja? Der gewundet. Ich habe Angst. Ich weiß nicht, wie viel Schaden der ihm macht. Ich werde dodge von ihm. Kannst du mir nehmen? Ja, ja. Interessant den zu nehmen? Ja, muss man rausnehmen. Ah, wer hätte ich dagegen, dass er mich ohne Q1 shuttet? Oh, ich bin live. In Twitch ist halt noch kein ult, aber... Ja, jetzt full life wieder. Oh, ein ult. Wird schon absolute fight, oder? Hardwinden. Ja, ich denke auch. Irelia. Ich muss ein bisschen auf deine aufpassen. Ja, ja. Das sieht auch für mich Hardwining aus, oder? Ja. Wird halt Oils. Nice, das ist Hardwining. Ja, besser ist das. Ja, ich bin da. Ich bin da. Ja, ich bin da. Ich bin da. Ich bin da. Nein. Ich bin da. Nein. Da, kein Dash mehr. Ich bin wirklich alleine? Oh, das kommt ja gleich aus dem Gewürsch giftleucht. Man gibt's gleich nicht mehr, wenn man in der Ultrift Okay, man gibt's die ganze Zeit noch Boah, ist der Kommascheiße Ja doch, he Flash Outback Maschine Was ist dein Auge jetzt? Junge, Junge, ist der Kacke Nee Scheiße Na, mehr hab ich nicht Was, Mann Müssen wir helfen Wasserhund Oh, knappes Game, aber Ja, nee, das war doch keine Glanzstunde Naja, aber die waren auch echt gut Richtig krachen, wenn das ist, dann wird es schnell losgehen, dass wir spielen Ah, die beiden waren ja, deren Botnain war mindestens Die waren auf jeden Fall bei der Master Ich glaube, der Jinx-Approach ist gut, aber ich glaube, ein bisschen Twitch-Bahn Ich glaube, Twitch ist zu hart Counter für Jinx Eigentlich mal Trist probieren Ja klar, probier mal verpickst aus Ein Game Trist probieren Ja, macht keinen Stress Musst du mir Panic üben Klau, Mann, ich üb ein bisschen Ich werde doch ein PUBG paar Waffen ausprobieren Ja, komm Das war eine PUBG-Karriere, ich trainier auch so Auch, auch Ich will ja kein so ein verschwitzender Pro sein, sondern cooler Genertop mit Ghost Ignite Okay, das ist krass Das ist gut für uns Wir dürfen nach der Botnain nicht fallen, wenn wir nicht wissen, wo sie ist Und dann gehen wir das Spiel automatisch, da hat er das Game-Hunter-Tominant Erwin ist da, ganz kurz Da hinten, komm Das war schon Das ist toll Er war, so ein Flash, oder? Ja, ja, er kann das auch, dass Red ist auch ein Flash Oh, nee, oder? Oh, nee! Als hätte es aber nicht stirbt! What? Oh mein Gott, wäre ich wütend als Team-Head Oh, im Moment sind wir auf jeden Fall so ahead Der Jelpen ist auch eh schon gebrochen Weil Level 2 gegenwärt von Alvan, was richtig gut von ihm war Ui, ui, ui Sag es nicht Ich muss da mal kurz raus-tippen Ah, ist egal, es sind ja alle am Start Es sind eh zwei Leute direkt da Aber das war auch wirklich kacke Das war richtig scheiße Der ist ja deine, der ist ja deine Patrolled Gut, der Tread Weiß nicht, wie gut das ist Ne, ist nicht so gut Ja, die Jungs sind mir hier ein bisschen zu ready Die sind ein bisschen zu nass, Alter, ne? Ja, ja Red Collector, werdet es nicht hier, ne? Solange Macher Ich bin Shadraven, Digga Find's aber gut, dass jeder ADC komplett am Tippen ist im Jener-Team Ja, Max, boah, nicht mal durch uns Nein Das ist nur ein Tangle-Diff Das ist auch tot, aber auch huge Ja, das ist mal gut Wichtig, dass sie so krass sind Ne Ne, ne, wir schmecken richtig scheiße Ich glaube auch beide, weil wahrscheinlich Ich weiß nicht, dass er neben dem Tod war, wenn ich es ein bisschen besser spiele Dann gut sei, dass ich dann ein Out-Tech mehr rauskriege, wenn ich besser bin Ich glaube ich, dass es so ein schlechter Hook war Man braucht ja nur Attack-Speed noch auf Trist, gell? Man kommt komplett über den Kragenschaden, ich bin gespannt Ja, kommt über den Kragenschaden Ich bin gar nicht troll Das verliert da etwas, leider Ihhh, der Flash Oh mein Gott, die sind Ja, Bruder, aber die sind top Ja, viele bad, natürlich, aber es ist klar, was passiert Was die sind, hat auch noch ein Move Ja, es ist klar, was passiert, aber Digga, die sollten ihm halt niemals ein Enkel geben Spock Ich bin so, nein Wo, Kragenschaden? Das ist richtig huge, der ist so gebrauchen schon Ja, der kann auch, ja Und wir haben auch einen 3-0-Ace, oder? Ich weiß gerne, die will gut aus Und die haben das sehr top Besser als in Scamers die wieder Das ist dann eins von vier Okay, warum warum denn gleich so negativ, hä? Er sollte ein bisschen besser noch werden Möchte ich über die Wand gegangen sein, ja Ja, war aber Ja, kann ich mal so gut, oder? Aber ich... Da ist er Oder bin ich ein bisschen dumm Nee, nee, das ist gut von mir Das ist ein gutes Play Ich bin gar keinem mit einem Freund Nee, ich glaub, die Welt spielt ziemlich gut Ich glaub, die Welt spielt ziemlich gut Ich glaub, die Welt ist ein bisschen besser als der Braun tatsächlich auch Jetzt, wo ich noch mal drüber nachgedacht hab Lehrer, glaub ich Ja, Lehrmeister Ja, Lehrmeister Oh, ich tank noch Oh, ich tank noch Okay, ich glaub, der muss mal schaden Nein, 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 nein Ich hab so viel, ich hab Ultra-Penny, dass ich gesehen hab, dass ich getankt hab Das geht halt Was dann, dass du gehst Ja? Ja, schwierig Die sind alle ein Leben, ja Naja, sind wir heute? Alle sind ein bisschen drüber Naja, sind wir heute? Ja, sind wir heute? Sind wir heute, ne? Okay Ja, danke Okay Ja, danke Okay, ja, wenn die niemand will, würde ich sonst Ja, Bruder, ich dachte, ich dachte, er will Ich dachte, er will sein Quarto Das ist ein Kind, du bist kurz Wir haben sich hierher sich ausbluten lassen Ganz naschen Dann sind sich ja eigentlich per D-Ector von euch, ja, ne? Eingekauft, nachdem wir das erste Geflogen haben Direkt ganz, ganz tief in die Tasche gegriffen Eigentlich los, eigentlich losgelassen Instant Und dann lieber in die Tasche gegriffen Wir sind Ultra-Penny Oh mein Gott, bist du auf dem Geflogen What? Du willst, der Stern ist trotzdem tot, ne? Ist eigentlich mein Tod, ne? Nö, nö Was macht die hier? Okay, ja, siehst du es paid? Ja, ja, siehst du engz Engz Ah, haben wir ein bisschen Geld noch gerade Gehmer geworfen Macht sich sicher genug, das Game Auf dem zweiten Bildschirm habe ich gerade Paypal klargemacht Deswegen bin ich da reingelaufen Mir geht's da gar nicht gut, ne? Mir geht's gar nicht gut, ne? Lich Ban 05 Genertop Mir geht's schon nicht gut, aber ihr? Let's EU impact, nice Oh, der tut dir ja Ne, gut da zu sein, Jungs Ich seh uns schon so die Denner im nächsten Team In unserem Team, ne? Ja, ja, safe Was wird so passieren? Wir werden so Insta-Kaber kriegen Der ist cool überall, aber ich glaub, du hast da noch gar keinen Follower Ja, meiner Meinung nach ging's eh nicht Oh, das fehlt nicht, was? Schade Haben wir ein bisschen fänggetrollt, wa? Ja, ja Ja, was spielen denn auch noch aktiv? Was wird denn das? Was wird denn auch mal wieder? Oh nein Oh nein Oh nein Oh nein So, er muss nur atmen Er ist doch am Atmen, ne? Haha Haha Ich sag ja Einfach kann er enden, oder? Sollte er, ja Ich glaub ich, dass er von Rhaelgum mit dem Follower Mainz hat Ne, 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 er kann ja bei Rhaelgum mit Rhaelgum Ne, 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 er kann ja bei Rhaelgum mit Rhaelgum Ne, ne, er kann ja bei Rhaelgum mit Rhaelgum Ja, weil die Rhael wieder gewohnt ist Rhael solo losing game ist fun Bro, das ist halt so typisches ADC-Mindset, was überhaupt nicht stimmt, ne? Es ist legit dieses, yo, meine Rhael macht ein Top-Play Ich muss unbedingt diese Rhael catchen Es geht nicht das Ich muss für diese Rhael sterben Es geht nicht, dass meine Rhael ein Top-Play macht, weil das Play ist bad Es wär besser, Bot zu sein Ich muss für diese Rhael als Draven sterben Ich hab keine andere Wahl, wenn meine Rhael so schlecht ist Ich kann nicht, ich kann nicht, ich kann nicht kurz zurückgehen Ich muss sterben Die weihen ja auch, wenn's gute Play sind Ja, ja Wenn für Grubbs geswappt wird Genau sowas, wenn Rhael-Top-Play läuft Drei Leute kriegen Grubbs, der stirbt dafür Er ist trotzdem wütend Ja, ist trotzdem wütend Er hat recht, what do you mean? Ach, Bruder Du hörst nicht zu Er muss flippen, ja genau Auf jeden Fall muss er flippen Er muss auf jeden Fall seinen Zwei-Todi haben Er muss, wenn Wenn die Gegner Grubbies machen, ja, und Rhael-Top rotiert Dann muss er auf jeden Fall hier stehen Und kann nicht diese Wave, die von ihm wegpusht Ignorieren Geht nicht Er muss da sterben Das stimmt Er muss sterben und dann sich aufregen Das stimmt Normal ist kein gutes Play, hier top zu gehen und Grubbies zu spielen Aber, bro Du musst ja nicht sterben und die Schuld deinem Supporter geben dafür, dass du stirbst und das Game unplayable machen Eigentlich ist Rhael dann auch noch reingelaufen und gestorben Okay, Rhael war einfach Okay, das macht es noch viel schlechter Die Rhael war nicht mal bei Grubbies, oder? Nee, die Rhael war nicht mal bei Grubbies Die Rhael ist gerade Ihhh, es ist noch viel schlechter Sie ist gerade bei Geistern Move-Bots Und er lässt sich jetzt hucken und stirbt Wie widerlich, Digga Er muss literally Ihhh, es ist noch viel schlechter, Digga Und ich bin Tristan und push out the match rein Und er muss literally hier 50 Sekunden warten Dann ist seine Rhael da Gen Ist überlaufen natürlich Aftershock prokt War trotzdem gut Ist dann Zen Ist dann noch ein bisschen an? Die will da halten, wir sollten pushen Er ist auch noch drin Oh Gott, die sind gefickt Oh Gott, die sind gefickt Wir haben auch noch Fs Ja, kann man sich auch Aber du willst 1, 2 mal jeweils zucken zu lassen Oder jeweils einmal Na, sehr klingt von dir Die konnten einfach nicht damit leben Dass es alles Sack kein Schambleut 1 ist Du kannst oben übrigens Du hast viel Zeit Ist glaube ich legit sogar top laufen Also ein richtiger Freedive Auf dem Garen mit Elise Abflash und Ghost Aua Aua, was das schlechter wird Ich bin der gelben Junge Oh ne Nicht schon wieder ein Smurfendes Team Ja, aber du hast das Eh vielleicht vom Urgack gesehen Ja, hab ich Pardon, kommt da Oder Team Smurf vielleicht nicht mehr Aua, Sylas Junge, bringt sich alles Mit Deutscher kann man das auch nicht aussprechen Wenn ich frage das Ich bin Sylas Wollen wir jetzt nicht mehr spielen? Wollen wir jetzt nicht mehr? Nee, okay Jetzt haben wir das Spiel vor Okay, nee, alles klar, Brudi Ja, nee, den halte ich für den größten Hurensohn Ach, guck mal Können wir doch noch spielen Und das lässt ihn in den Play 3 verfickte E's Und wenn ich double, wenn ich mal reingehen Alter, Urgack, das ist überkacke Ja, das dachte wir schon Oh ne, oh ne, alles da Oh ne, alles da Oh ne, alles da ist natürlich auch überkacke allgemein Ja Schön Ja, wir mussten es aber auch aufwärmen Also, legit Shit Ich glaube, wenn das nicht die erste Runde ist gegen diese Twitch Jetzt wärs von der Pro Okay Noch mehr Schaden, als ich dachte Nee, Elise hat mich hier ungeschöpert Ja Ja Ja, wie kann ich sie Exhausten Aber ich glaube, bist du oder so tot Schon Oh, weiß ich nicht Ja, ich hab nicht erwartet, dass sie so viel Schaden machen Genau Ja, Cork hat nicht so viel Ich dachte, das ist der Corki gewesen Aber es ist gut, dass Elise war Mit Hex der Golden Age und so Cork hat nur 200 Schaden gemacht Elise hat 500 Das ist Exhausten Okay, na, na gut Ja, wir können spielen Wenn ich sehr Exhausten Ich war zu scared Also, mein Flash gewaset Da ist da kein Q rausbekommen, oder? Ne, wir haben ja okay Bisschen weh gestorben, ne? Ich hab keine Mana verult Hm Wie gut war das Playern so? Ja, um äh Simi Der ist einfach tot, wenn ich ulte, Decker Decker Gollens ist im Chat, Bruder Die Einzigen zwei Nachrichten sind zweimal Canon Ich kann das nicht Was macht die hier? Nichts zu tun Vielleicht schon nichts zu tun Nichts zu tun Was macht denn der Yi eigentlich? Oh mein Gott, wie ist das der Yi? Oh mein Gott, wie ist das der Yi? Ja, ja, ich bin noch dabei Ich muss ihn schlafen Wurde ich auch noch Wait, what? Oh mein Gott, nein Der Typ ist so scheiße, ne? Ich kann das wirklich langsam nicht mehr Hat der Yi so geklaut Oh mein Gott, oh mein Gott Oh mein Gott, iiii 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 Bodenlos kacke Iiii Nein, der Alistar blockt auch noch mein Old, oder? Ja, was er ist Oh, cooles Play Okay, Bruder Wenn du den nimmst, könnte der, glaub ich Ja, glaub ich aber auch Aber ich glaub ich muss ihn gleich nehmen Nein Ja, Bruder, er hat sich gehört Wie kann man sich als jeden von der Lee stunn lassen? Der einzige Punkt ist doch Q zu drücken Ah, wo würdest du? Nichts rollt doch nicht Der liegt doch ein bisschen Und sei hier infiliated Oder so, Cybers hat noch nicht ein, fuck Aber ohne Witz Lassi ganz sass aus Lassi kannst du eigentlich nicht missen, wenn du nicht Wenn du deinen mit erreißt Like legit nicht Du kannst es legit nicht missen Schwierig, ne? Wär wieder nicht blocken Wär getrollt Hat der Yi denn? Oh mein Gott, der hier ist so, Bruder Der sind alle boosted, oh mein Gott Ja, komm, komm Oh, er hat's gesatzlappt Er ist echt gut Er ist gut Ah, ich schicke ihn von ihm Er wird halt perfekt getroffen Er ist gut Schade Ja, ich bin auch mehr confident Aber unser Team ist das richtige Scheiße Und nur das einarschlichen Kill Ja, ja Oh, die werden doch alle aufgeben Oh, ja, ja Natürlich werden die alle aufgeben Das ist 0-3-3-4-3-7 Ich bin confident, dass ich das Game carry'n kann Komm, wir einen Hook treffen Wir brauchen mal einen Kill hier Das kommt aber ja noch jetzt Was muss ich mich hier angucken? Wow Was heißt er? Das andere war richtig disgusting oder? Alles andere war horrible as fuck Aber der war... Ja, zu viel Zeit ist er nicht Das andere war richtig widerwärtig Ja, ja Ja, aber mit dem Sight Mit dem Sight hat man nie mehr gerechnet Ja Perfekt Was heißt er hier? Der hier spielt halt nicht, ne? Der hier läuft legit runter Das ist nicht gut, oder? Ich hab das halt legit auch nur gemacht, weil ich gesehen, dass es hier ist Und so ist Der hier ist Oh, oh, oh Okay, mora, mora Wir machen es online Ich lasse dies Guck, guck mal gar nicht dort Es sah aber hier so schwer aus Ich weiß auch nicht, wie ich das hinbekommen hab Wollen wir den Todes treffen? Ich hab den Cork Ich hab den Cork, so wie du Oh, oh Das ist schwierig Also, bei mir war Lohr Ja, meine Schuld Ich dachte, ich hätte jemand mitziehen, würde Ja, meine Schuld Weil die zählen ist ja alles und wir haben halt auch noch Herold Und das ist doch einfach wieder nur Scheiße Das ist wieder... Er gibt ein... Er ist verzählt Ja, aber er... Er hat sich nicht genug Mühe gegeben Nein, er hat nicht schon eingedrückt Er hat doch erst 5 Tote Er hat 7 und er hat 6 Ja Wir müssen uns das nächste Mal tiefer in die Dasche reisen Also, ich hab auch 5 in den Spillerweilen Das ist nicht Okay, ich hab 2 Items Das mag das nicht so, als wenn das jetzt over wäre für die Naja Uga hat 3 Die ist halt 2, Tan und hat 2 Das wirst du aber auch, okay Ich hab auch keine 2 Items, das dauert Als ich dachte Ich... ich hab 2 Die hat früher... Früher anders zusammengesetzt Perfekt Dann hat Uga 3 Items Du hast... Du hast... Ich hab 1 A3 Items Ja, ich glaub wir sollen das aufgeben Ich glaub das ist Quatsch Wobei es noch unter Zeit Nee Also, weil wir... Wie lange müsste wieder schwitzen Und... und hier müsste wieder... Ich hab auch... Ups, smiley face Also, er läuft einfach runter Ich glaub das einfach nicht Ja, ich glaub so lange geht das Game nicht mehr Nee, ich bin jetzt gerade schon sehr für mir Mhm Muss ich auch was sagen Okay, kein B Der Cocoon war an... Der Cocoon war wieder an Okay Gerade AK Hook Animation Ich hab wirklich hart getrollt auf Level 3 was es war Der war eins Der war eins Eins Achso ja, die Gegner sowieso Achso Aber ich mein auch, dass wir tolle getötet haben Jaja, unser Bot sehen jetzt... Den wollen wir mal Heubel Die sind 2, 3 und 1, 5 oder so Ich sag ja, es geht nicht mehr so lange Ich sag ja, es geht nicht mehr so lange Tja, ich bin auch gestorben Wenn dein Tod hat jetzt nicht geholfen Oh, ist jetzt 0-2 auf Jinx Ja, ich pick das sonst einfach gar nicht Achso, ja, ja Gut Dann peh ich das auch nicht mehr Guck mal Ja, und ich den besten ADC Kann ich so gut aus Ach Kann ich mal spielen das Spiel Also schade, dass der Boom nichts gebracht hat Also der Boom war übel gut eigentlich Dass wir da nicht so nichts rausgeholt haben quasi Als du top gelaufen bist Ja, unser Set Das hätte auf jeden Fall 6 E's Mist Ja genau, das hätte für uns Ein positives Player sein müssen Und dann hätte Topside gewinnen sollen dadurch Weil Digi, du warst einfach eine Minute weg oder so Oder zwei Und der Bot hat nur nichts dagegen gemacht Die haben mich überhaupt nicht gewunischt Und dann hat der hier auch das Game Double-Q-Bot gestartet, ne? Was für'n Schwanz, Digga Der Dive war so gut Da darfst du ja das gar nicht vorbei sein Like legit Die haben einfach eine riesen Wave verloren Level 1 beide Gekillt Das gell ja dann mal was Strat-Up vorbei sein Einfach ein Klar Und dann haben wir Und dann haben wir Top-Down-Mittlane gepuppelt, ne? Irgendwie bei dem Boom von dir Ja, wurde die Dürfe Weil da ist somehow Yi gestorben Obwohl der einen Base hatte Sidus ist gestorben Whobe ist gestorben Ja Unironisch hat Sidus halt Ich glaub wirklich Vier E's gemisst Drei oder vier Mal gucken, wo Yi da einfach steht Warum läuft der jetzt nämlich total an Elise Das wir auch nicht verstanden Also Wär aber schlecht Na, das ist ja kein Safe-Bass aufschwinden Gern, aber ich hab überall One-Tip von Elise Ja, ich hab überhaupt nicht damit verstanden Die Maut Weil ich den Exorts und nicht flashe Würden wir das glaub ich einfach Also das ist halt so Situation mit Leapetem Bin ich mir sicher, dass wir gewinnen Mit Dings da Mit Fleet weiß ich ja nicht Ob wir das gewinnen Ich hab auch keine Items Das ist maybe playable Maybe nehm ich noch einen mit Aber sterben tust du glaub ich auf jeden Fall Aber Nehm wahrscheinlich noch einen mit Und das war richtig schlechter tot Meiner tot Genau, ob ich da vorsteppe Ja, beim C2 stehen bis du kommst Ja, 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 mein Arsch bei unterwegs Auch keinen runterzustehen Hat auch einen riesen Unterschied Ex-Stil Wenn die da so lange Overextenden Und der Side ist kommt und ich lebe Ich hab da schon Talon 6 an Gold bekommen Ja, stell dir vor, ich krieg da den Turtle auf Talon Oder noch einen Kill Dann sieht das gern mal ziemlich anders aus Dann kann ich so viel mehr machen später in den Place Gold Anteil, weil der Schaden fehlt Ich mein ich hab sogar einen Kill bekommen auf Corki Und einen Assist, aber Natürlich auch besser laufen können Ja, das hat sich so Mühe gegeben noch Ja, ist ja so gesprintet Wenn einfach drei Leute runter, also einer aktiv runterläuft Also wirklich aktiv aktiv runterläuft Boah, der Side ist ja auch nicht so aus der Lust gehabt zu spielen Ja genau, und Side ist einfach alles full flippt Was dann auch sehr nah an runterlaufen kommt Na, der Obert hat auch jedes Flash eh, was ich gesehen hab, komplett gewülft, ne? Der Bastard Überbad Alleine das bei dem Dive, das war schon so schlecht Boah, Mara Du bist so scheiße Du bist so scheiße Nein, nicht mich Boah Geht warten Let's go Winable Ich glaube, ist das Liebe